Erster Redner ist der Unterrichtssprecher der FPÖ, Wendelin Mölzer. Ja, die vorhergehende Debatte zeigt, wie wichtig politische Bildung, beziehungsweise natürlich auch dann weiterer Folge historische Bildung ist. Da haben wir offensichtlich Nachholbedarf. Der vorliegende Antrag vom Kollegen Leichtfried, den wir hier ja nicht zur Abstimmung bringen, sondern zuweisen dem Unterrichtsausschuss, ist in der Sache ein berechtigtes Heeresanliegen. Er war nur im falschen Ausschuss gerichtet, weil ich glaube, die Hauptzuständigkeit liegt einfach beim Bildungsminister, was das Erasmus Plus betrifft, was die politische Bildung betrifft. Und ich glaube, das ist so gesehen richtig, dass wir uns sozusagen die Mühe machen, uns im Unterrichtsausschuss über diesen Antrag zu unterhalten. Ich kann in diesem Antrag, der eben darauf abzieht, mehr politische Bildung in Bezug auf Europa zu machen, die Institutionen nahezubringen, durchaus Interessantes zu erkennen, vor allem in dem Punkt, den studentischen Austausch oder überhaupt Erasmus Plus zu fördern. Und ich glaube, ich habe schon gesprochen, wir werden da hoffentlich einen gemeinsamen Weg finden, so einen Antrag dann im Unterrichtsausschuss bzw. dann in weiterer Folge auch umzusetzen. Dabei, glaube ich, ist nicht ganz uninteressant, dass wir ohnehin im Bildungsbereich vereinbart haben, im Regierungsprogramm und dass wir auch dabei sind umzusetzen, dass wir politische Bildung verstärkt in den Unterricht bringen wollen. Und das ist natürlich ein Teil davon. Es wird aber nicht nur darum gehen, eben die europapolitische Komponente, sondern generell einfach politische Bildung zu implementieren. Und es wird auch nicht nur darum gehen, Kinder jetzt, ich sage es einmal ein bisschen übertrieben formuliert, nach Brüssel zu karren, sondern generell auch schon in Österreich darauf zu schauen. Da gibt es ja sehr interessante Pläne, was die Demokratiewerkstatt des Parlaments betrifft, generell eine Nähe für Kinder zu demokratischen Institutionen zu schaffen. Abschließend vielleicht noch ganz wichtig, wir haben in der Vergangenheit immer wieder gehört, und das ist natürlich auch ein bisschen ein Hintergrund dieses Antrags, dass es darum geht, die Europäische Union besser zu verkaufen, besser zu vermarkten. Da habe ich eigentlich immer die Meinung vertreten, das alleine darf es wirklich nicht sein. Sondern es muss vor allem darum gehen, und daran arbeiten wir als Bundesregierung ja auch, die Europäische Union besser zu gestalten, dann brauche ich sie nicht unbedingt besser verkaufen. Danke. Wendelin Mölzer, Unterrichtssprecher der FPÖ, hofft, dass es in der Stärkung der Europabildung in Schulen zu einem gemeinsamen Antrag aller Parteien kommen wird. Wendelin Mölzer, Unterrichtssprecher der FPÖ, hofft,